Eli und Ersam AG, ihr Autohaus mit Stil. Der Nachfolger des Hanoutinen ist also gefunden. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update vom FCZTV. Die Trainingsjahre haben ja schon lange angefangen. Südafrika, dort wird wacker gespielt. Und beim FC Zürich, dort ist einer der letzten Bausteine auch gefunden worden, zum Neubau der Mannschaft für CESO 2010-2011. Er geht in die Defensive und kommt von Portugal. Ich spiele im Sporting. Meine alte Akademie war im Sporting in Lisbon. Dann bin ich in Cyprus, wo ich spiele ein Jahr. Nach der letzten Saison bin ich in Maccabi. Wir haben die historische Zeit in Maccabi, um die Runde der Champions League zu passen. Das war eine sehr gute Erfahrung. Und jetzt bin ich hier und ich versuche, zu helfen Zürich zu bekommen, die die Team will. Ich denke, der Fußball hier ist anders, von Portugal auch. Und ich muss es nutzen. Ich mag dieses Wetter und die Runde. Ich denke, das ist gut für mich. Mein Ziel ist, dass ich nur arbeiten und ich werde, und ich werde alles für mich helfen, um Zürich zu helfen. Und ich hoffe, dass alles gut sein wird. Ich weiß, dass die Team Zürich und die Stadt sehr groß sind. Und er ist eines der großen Team in Zürich. In Switzerland, sorry. Und ich denke, dass die Stadt, was ich bis jetzt sehe, ist sehr gut. Und alle die Leute, die bis jetzt zu Zürich gehören, sind sehr gut. Und bis jetzt ist er sehr gut für mich. Und ich bin mein Team. Ja, es ist richtig. Hanu hat bereits mit ihm ein bisschen gepläutert, hat ihn ein bisschen herumgeführt, hat ihm die Sachen gezeigt. Und hat dann zu uns gemeint, ja, das ist keine grosse Differenz zu ihm. Sei jemand gleich gross, gleich schnell, gleich schwer. Also es werde im gleichen Stil weitergehen. Ja, er ist ein athletischer Spieler, ein aggressiver Spieler. Eigentlich ganz sicher etwas, was wir gesucht haben. Und was wir, glaube ich, auch brauchen, mit unseren jungen defensiven Leuten. Wir haben auch ziemlich lange an diesem Transfer gearbeitet. Das war nicht so ganz einfach. Und die letzten zwei, drei Wochen, ja, vor allem mit Zeichen gestanden, dass wir ihn verpflichten können. Jetzt sind wir glücklich, dass er da ist. Und jetzt muss er aber auch zeigen, dass er das bringen kann, was wir uns alle zusammen von ihm versprechen. Ich glaube so, dass Charles ist ein guter Spieler. Ich habe nur einige kurze Sachen, kurze Highlights gesehen. Und er hat wirklich Potenzial und neue Handeln sein. Im Fußball ist es so, dass wenn einer weg ist, kommt das neue. Und ich finde, er hat Potenzial. Er ist wirklich groß. Und das ist wichtig für die Mannschaft auch, dass wir große Verteidiger haben. Wir können Kopfhälle nehmen. Und nein, ich denke, das wird sehr gut sein. Und passt sehr gut für FC Zürich und für die Mannschaft auch. Portugiesischer Fussball halten also Einzug in die neue Mannschaft vom Stadtklub. Und da bleibt mir nur noch eins zu sagen, trotz Regen, ein guter Start in Zürich. Und Casino Baden. Baden im Glück.